Und bei mir im Studio ist jetzt Finanzminister Hartwig Löger. Schönen guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Ja, schönen guten Abend auch. Herr Finanzminister, gehen wir es der Reihe nach durch. Wie viel Netto vom Brutto bleibt denn einem Durchschnittsverdiener vom Monatseinkommen nach dieser Steuerreform? Also wir haben ja in dieser Steuerreform dafür gesorgt, dass durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge auf der einen Seite sogar für jene, die keine Steuern zahlen, derzeit eine Senkung möglich wird. Und darüber hinaus wird es eine Tarifsenkung geben. Wenn man beides kumuliert, wird es so sein, dass beispielhaft für Vollzeitbeschäftigung mit 1.500 Euro Einkommen im Monat eine Entlastung jährlich von mindestens netto 500 Euro bleiben wird. Das steigert sich auch entsprechend nach oben und hat eine Maximalwertentlastung von 1.660 Euro netto pro Jahr. Jetzt haben Sie tatsächlich große Steuersenkungen beschlossen mit dieser Reform. Aber die Frage stellt sich, ob das tatsächlich eine Reform ist, weil das würde ja bedeuten, dass sich das System verändert. Und das ist hier nicht wirklich der Fall. Es ist ja eine Senkung innerhalb des bestehenden Systems. Aber Impulse etwa wie gegen den Klimawandel, die sogenannte Ökologisierung des Steuersystems, die oft gefördert wird, das ist hier nicht drin. Warum? Also wir haben zum einen sichergestellt, dass wir auf der einen Seite sehr wohl eine Strukturreform schaffen werden. Wir werden viele Vereinfachungen und Erleichterungen setzen, die wir schon begonnen haben. In Form von Pauschalierungen für Kleinunternehmen als Beispiel, auch im Bereich von Werbungskostenpauschale und dergleichen. Das heißt, eine Vielzahl dessen, was wir tun, wird auch dazu führen, dass das System einfacher wird, dass die Menschen weniger Aufwand haben. Und sehr frei formuliert auch wir in der Verwaltung weniger Aufwand haben. Das, was wir auch tun, ist zum Thema Ökologie. Wir haben ein Paket geschnürt, wobei wir immer klargelegt haben, wir wollen nicht Strafsteuern in dem Bereich neu setzen. Wir sorgen aber dafür, dass wir in einem ausgewogenen System bei vielen Maßnahmen dafür sorgen, dass netto ausgeglichen, aber eine stärkere Spreizung gegen CO2-Sünder in dem Bereich stattfindet und zum Vorzug von CO2-verbesserten Mobilitätsfaktoren. Da haben wir es in der Nova, in der Normverbrauchsabgabe, auch in der motorisierten Kfz-Steuer. Da gibt es viele Elemente, die positiv auch in Richtung unserer Klimaziele wirken. Man merkt, Sie sind sehr überzeugt von dieser Reform. Sie haben heute bei der Pressekonferenz gesagt, das ist ein Meilenstein der Regierung. Also die Regierung klopft sich da selber sehr ordentlich auf die Schulter. Aber wenn Sie ehrlich sind, können Sie behaupten, dass das möglich gewesen wäre, ohne die ohnehin schon vorteilhafte Wirtschaftslage und auch durch die Vorarbeit der viel gescholtenen rot-schwarzen Bundesregierung, der Vorgängerregierung? Also wir haben einerseits die Basis, dass wir erfreulich einen Konjunkturaufschwung erlebt haben. Den gab es aber auch schon im Jahr 2017, wo die Vorgängerregierung dann noch minus 6,9 Milliarden an Defizite erarbeitet hat. Wir hatten voriges Jahr dann 2,7 Prozent Wachstum. Das war auch ein überproportionales Wachstum. Und ja, wir haben jetzt für das heurige Jahr und für die kommenden Jahre ein stabiles Wachstum in der Relation von 1,7, 1,6 Prozent. Das ist eine gute Basis. Aber wenn wir zurückblicken, es hat bis jetzt kaum Steuerreformen gegeben, die so ehrlich und so klar waren, dass wir wirklich davon ausgehen können, dass jetzt, indem wir keine neuen Steuern machen, keine neuen Schulden machen, es erstmals, seit ich Steuerreformen kenne und ich bin auch schon in einem gewissen Alter, dass es wirklich auch eine ehrliche, direkte, wirksame, spülbare Entlastung geben wird und keine Gegenmaßnahmen im Sinne von neuen Steuern und Abgaben. Und diese Netto-Wirkung ist einzigartig. Und ich glaube, das ist das, was wir im Auge haben, warum wir auch stolz darauf sind, das sage ich ganz klar heraus. Und vor allem wichtig, dass wir nicht durch neue Schulden eine solche Finanzierung legen, weil die Belastungen von morgen sind die Schulden, die wir heute machen. Aber Herr Finanzminister, können Sie das wirklich nachhaltig sicherstellen? Sie sind ja da auch angewiesen darauf, dass die Konjunktur, dass die Wirtschaft so gut bleibt, wie sie ist. Und das haben Sie ja nicht in der Hand, oder? Wir haben es zum Teil in der Hand. Das eine Thema ist, wir haben auch im Sinne der Maßnahmen, die wir schon gesetzt haben, Familienbonus plus als ein Element mit 1,5 Milliarden Entlastung schon heuer in der Wirkung. Aus dem heraus ergibt sich ein Konjunkturimpuls im Sinne des positiven Konsums. Und auch mit den jetzt gesetzten Maßnahmen ab 2020 werden wir zusätzlich ein Wirtschaftswachstum von 1 Prozent lukrieren können. Wir werden eine Verbesserung der Beschäftigung haben. Wir werden um 0,4 Prozentpunkte durch diese Maßnahmen zusätzlich die Arbeitslosenquote senken und damit deutlich eine verbesserte Einnahmensituation haben. Das heißt, wir selber gestalten auch in diesem Rahmen unsere positive Zukunft. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz zum Schluss über die Gegenfinanzierung sprechen. Weil da haben Sie bei der heutigen Pressekonferenz gesagt, beziehungsweise der Bundeskanzler hat gesagt, im Herbst, da werden Sie das Budget präsentieren und dann werden Details zur Gegenfinanzierung bekannt. Er möchte das allerdings nicht heute sagen, weil die Opposition könnte das verdrehen. Und das möchte der Bundeskanzler der Bevölkerung ersparen, hat er gesagt. Ist diese Angst vor der Auseinandersetzung, der inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Opposition, der neue Stil der Bundesregierung? Also ganz und gar nicht. Also vorweggenommen, es ist so, wir haben die 6,5 Milliarden Entlastung, die wir ab 2020 auch dekarieren und entsprechend darlegen, haben wir zur Gänze auch in Form der Gegenfinanzierung gesichert. Was dabei wichtig ist, wir haben ein Elementum auch schon im Budgetansatz der nächsten Jahre, voriges Jahr beschlossen, rund 2,2 Milliarden sind vorgesorgt. Durch die Konjunkturentwicklung der aktuellsten Prognose haben wir die Chance, noch zusätzlich rund 1,8 Milliarden, knapp 2 Milliarden an Überschüssen auch für die Gegenfinanzierung verwenden zu können. Wir haben vorige Woche im Ministerrat einen Beschluss gefasst, dass wir Einsparungen von zusätzlich einer Milliarde in den Ministerien vornehmen werden, aufbauend auf den 2,5 Milliarden, die wir schon im Jahr 18 und 19 an nachhaltigen Einsparungen gesetzt haben. Und ja, ein gewisser Teil wird auch auf der Einnahmenseite ausgeglichen werden, das sind rund 500 Millionen Euro, die durch das Digitalsteuerpaket gegen internationale Konzerne gerichtet, auch entsprechend mit 200 Millionen in der Wirkung sein wird und eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen, die in Summe 500 Millionen bringen. Und die Selbstfinanzierung im Sinne der positiven Konjunkturentwicklung trägt das Übliche bei. Es wird hart werden, ich sage es dazu, für die Ministerien auch im Sinne der Sparmaßnahmen. Wir haben es voriges Jahr bewiesen, dass wir sparen können und diese Konsequenz werden wir fortsetzen und damit ist diese Gegenfinanzierung auch entsprechend gesichert. Diese Fortsetzung werden wir uns natürlich ganz genau anschauen. Herr Finanzminister, ich danke für den Besuch im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Das Interview mit Finanzminister Löger haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Vielen Dank.